Ich habe immer gehört, wie eine Kundin sagte, ich möchte gerne das sehen, was auch Silke sieht. Das hat mich sehr tief berührt, weil wir können vieles sehen da draußen im Universum über die Astrologie, wie wir damit verwoben sind. Wir können einiges nicht sehen, beispielsweise die Bewusstseinsstufe eines Menschen. Oder wir können auch nicht sehen, wann, wo, was genau passiert. Aber wir können sehr vieles sehen und ich freue mich sehr, dass wir hier auf Gaia im Rahmen einer Einführung einzelne Themen beleuchten können. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit den kosmischen Codes. Was sind das überhaupt und wie sehen die aus und wie liest man die? Wir schauen uns das Thema Deine Bestimmung an. Ganz ein wichtiges Thema. Wo kommst Du her? Wo gehst Du hin? Das kann man alles lesen. Dann schauen wir uns an die Transite. Was sind eigentlich Transite, die unser Leben ständig immer wieder in Bewegung halten. Wir gehen in das Thema des heiligen Schmerzes und wir schauen uns Transformationen als solches an. Und ein Thema, das mir ganz wichtig ist, das Thema der Schwangerschaft. Was passiert eigentlich und wie sieht das überhaupt aus, wenn zur Zeit der Schwangerschaft unser Körper mit allem, was dazugehört, gewoben wird im Bauch der Mama? Mein Name ist Silke Schäfer, Profi-Astrologin seit 1995, Spiegel-Bestseller-Autorin und Mutter einer Tochter Jahrgang 2005, ein Kind des ganz neuen Jahrtausends. Ich freue mich sehr, dass Du Dich hierfür interessierst und dass wir miteinander uns diese Themen anschauen, denn sich mit den Sternen zu beschäftigen und mit der Astrologie ist ganz klar bewusstseinserweiternd und friedenbringend. In diesem Sinne, wir sehen uns. Vielen Dank.